Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, Onkel Pablo. Maria ist wie eine Tochter für mich. Liebst du sie? Ja, mehr als irgendetwas sonst. Warum hat er so viel Geld verdient? Kokain. Das meiste von dem Geld, was er verdient, gibt er den Arm. Sie lieben ihn dafür. Nick und Maria werden bald heiraten. Mach besser schnell, Nick, sonst liefern wir dich an die Kanadier aus. Er hat mir einen Job auf der Hacienda angeboten. Warte, er hat was? Und ich möchte, dass du dich für mich freust. Wenn du irgendwas Seltsames siehst, kommst du zu mir. Kein Wort zu sonst jemandem. Alle lieben dich hier. Du bist ein Teil meiner Familie. Ich muss den Leuten vertrauen, die mir nahe sind. Verstehst du? Hallo, Nick. Mach dich fertig. Pablo will ich sehen. Ich hab sowas noch nie gemacht. Ist es das Scheißgeld wert, so zu werden wie sie? Es wird alles gut für uns. Das weiß ich. Du bist genauso schuldig wie ich. Du hast gesagt, ich sei wie ein Sohn für dich. Nick! Nun, es gibt Naturgesetze. Ich werde dich töten. Und sobald die die Kontrolle übernehmen, musst du das akzeptieren. Niemand entkommt, Pablo Escobar. Es wird Zeit. Beginnen wir mit Phase 2. Willkommen in der Brandwüste.